Willkommen zu Let's Play K.O. The Kangaroo, einem 3D Jump Run Held aus der zweiten Reihe, der endlich sein wohlverdientes Reboot bekommt. Wortwitz ist angekommen, ja? Egal ob man es englisch K.O. oder deutsch K.O. ausspricht, hört sich an wie Knockout abgekürzt, ne, K.O., ihr wisst Bescheid, weil er boxt sich durch seine Welten, besiegt Gegner und sammelt Gegenstände, das ist genau was für mich. Ja, brandneu erschienen, das erste K.O.-Spiel erschien im Jahre 2000 für Sega Dreamcast und PC, sah aber für damals ein bisschen altbacken aus. Der zweite Teil ist am bekanntesten, Round 2 für PlayStation 2, Xbox und Gamecube, kam ganz gut an. Und der dritte Teil, ich glaube mit dem Untertitel Mystery of the Volcano, gab es nur für den PC. Gab ein GBA-Spiel, gab ein PSP-Spiel, aber seitdem, seit 2005, gab es kein neues Game. Bis heute, mit einem Neuanfang im neuen Gewand. Ja, erschienen, also am 26. Mai, nee 27. Mai 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Steam, also PC und Nintendo Switch. Das ist die PS5-Version und das ist auch die richtige Entscheidung. Ich habe schon gesehen, dass die Switch-Version ein bisschen hinterherhängt. Das ist das Ding. Ich bin sehr gespannt. Ich bin immer offen. Ich habe tatsächlich nicht mal die alten Teile gespielt, aber was ich von dem Game bisher gesehen habe, hat mich sehr froh lockt, wenn ich ehrlich bin. Dann lassen wir... Oh, Vibration. Mach ich gleich aus. Wo sind sie? Du siehst nie. Sie werden dein Ende. Du siehst, Frau Schäu, sie sind ein Teil von mir. Harry, Kaio, es ist Zeit. Na nun? Kaya. Sollen wir retten? Werden wir direkt ins Geschehen geworfen. Dann drücke ich doch mal ein bisschen was. Mit Viereck attackieren. Mit Kreuz springen. Das geht gut von Hand. Und ich soll Dreieck drücken? Alter, für einen harten Punch. Ist ja nett von den Plattformen, dass sie sich direkt zu mir begeben. Was? Immer noch eine Slow-Mo mit drinnen. Dann passe ich ein. Was ist hier los? Hopalo-Insel. Alles nur ein Traum. Ich denke Kaya ist in Trouble. Did you have another nightmare, K.O.? It was more than that. It was like Kaya was trying to tell me something. Maybe she knows what happened to Dad. I have to help her. Please don't try to stop me, Mom. Don't worry. I won't. What? You won't? I tried to stop your father. And it didn't work. I tried to stop your sister and she ran away. Stubbornness clearly runs in the family, so I'm not going to make the same mistake again. All right. What's the catch? If you go, you go well prepared. Go and find Walt first. He's probably checking the area around the Dojo. He has to do it more often lately. Okay. I'm on my way. Thanks, Mom. You're the best. Of course I am. Die Mutter. Voll der Boss, ne? Eiskalt. Aber vermutlich besser so. Okay, das war unsere Schwester. Das war mir nicht klar. Sehen wir ihren Geist, oder? Erreiche das Dojo. Ich bin gut beraten, mich erstmal umzuschauen. Und ihr kennt mich. Jetzt kann ich die Vibration ausschalten. Ich bin kein Vibrationsfan. Sprache Deutsch. Hm. Na ja. Also die meinen die Untertitel damit. Steuer. Uh, ja, ja, ja. Ja. Steuerung. Was haben wir denn alles? Werfen. R2. Zielen. L2. Inventar. Bewegung. Dreischlag. Komboangriff. Rollen. Boden. Wurtschlag. Abschlussangriff. Hals dehnen. Mal gucken. Alter. Das ist ganz nett. Und Doppelspruch. Mit X kannst du über Indernisse und Abgründe springen. Auf bald. Die Krabben geben mir Tipps, ja. Übrigens von dem polnischen Entwicklerstudio Tate Multimedia, wenn man die so ausspricht. Seichtes Wasser bringt dich nicht um, aber verlangsamt dich. Das hat Tradition. Also wenn die Gewässer noch kleiner werden, das war auch schon im ersten Chaos Spiel so, dann, äh, bitte halten es immer länger, wie von einer Giraffe. Das ist, äh, ein bisschen ein Gag von der Zero. Doppelsprung, zweimal X drücken. Oder Cross. Ja, und nur auf PS5 von Xbox Series vermutlich. Oder auf Steam, ja. In wunderbarer Grafik mit mehr Schatteneffekten. 60 FPS. Ich war wirklich geschockt, als ich ein Vergleichsvideo gesehen habe mit der Switch-Version, die deutlich verwaschener aussieht und gar nicht mal so flüssig. Darf ich da nicht hin, oder was? Erkunden auch die abgelegene Pfade, um zusätzliche Belohnungen zu finden. Oh, gerne. Also ist das ein... Ist das hier ein optionaler Pfad? Sieht gut aus. Zack. Und überall ist ein D drauf. Warum ist da ein D drauf? Hat das Gründe? Also wir machen genau das. Oh, guck mal. Also egal was, wenn es immer Buchstaben zusammen gibt, das K ist dabei und an erster Stelle. Ob in Donkey Kong, Kasee in the Wild Masks. Da hatten wir auch das Buchstaben sammeln und jetzt bei KO. Ja. Aber hier sind es nur drei Buchstaben, immerhin. Rolle dich mit Kreisunterobjekten hindurch. Jawohl. Ach so, und kostet auch nur um die 30 Euro. Ja. Also man sieht zwar, dass es kein AAA ist, aber da er Spaß haben kann mit 3D-Jump'n'Runs. Nehme ich das gerne mit. Ach so, ich kann im seichten Wasser überleben, werde nur langsamer. Das vergesse ich. Ich denke immer, Wasser ist Gift. Check the point und weiter geht's nämlich an. Sicherheitspunkte. Ah, tiefes Wasser. Okay. Was heißt tiefes Wasser? Das sieht mir aus wie giftige Gülle. Hier ist Wasser wirklich Gift. Ich glaube, das ist das Chaos-Spiel mit der... ...diebsten Story anscheinend. Ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht an Synchronsprecher erinnern. Ja, und ein Beweis dafür, irgendwie gefühlt jede Videospiel-Serie kommt früher oder später zurück. Es ist wohl am ehesten zu vergleichen mit Spyro. Viele erinnerten an... Kann ich die hoch vielleicht? Nein, das sieht nur so aus. Viele erinnerten an Crash Bandicoot. Ne, ich finde eher Spyro. Ist hier eine Ähnlichkeit. Vom Gameplay. Walter White. Leben geben Kai-Kao noch eine weitere Chance. Sammle sie in der ganzen Welt oder kauf sie im Laden. Je mehr du hast, desto besser. Und wenn ich kein Leben mehr hab, was mach ich da? Uh, also... ...hat sich vielleicht in Polen noch nicht rumgesprochen, dass inzwischen die Videogames oftmals das Lebenssystem abschaffen. Weil es ein Relikt der Vergangenheit ist, ne? Dass du noch eine Münze in deinen Spielhallenautomat reinwerfen willst. Aber gut. Man wird sehen, wie anspruchsvoll das Game sein wird. Was haben wir hier? Ich könnte mal Kreis drücken zum überspringen. Oder auch nicht. Are these dad's gloves? Was zum... Das war Kreis drücken. Wir haben ihn wie ein Bell coach. Das war ein Pro-Move. Ich bin 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 ein Pro-Move. Pro-Move. Ich bin ein Pro-Move. Ich bin ein Pro-Move. Aber abgehackt, ne? Ziemlich... Ja, ist gewollt so. Aber... Ich denke mal, ich kann fast schon immer ahnen, was die Krabben mir sagen wollen. Aber es ist vielleicht sinnig, das trotzdem ab und zu zu lesen. Dass ich irgendwann doch auf dem Schlauch stehe, weil ich irgendwas nicht beachtet habe im Vorfeld. Schlage mit dem Viereck auf zerstörbare Objekte, um Dukaten zu finden. Ah, guckt. Das D steht für Dukate. Okay. Oder es steht für, ja, Dummkopf. Dusselgur. Was ist denn? Oder Donkey Kong. Nein, das steht für Dukaten. Also dafür, dass, naja, so rein grafisch, wenn man sich so betrachtet, sieht es ganz nett aus. Ich mag bunte Welten. Aber manche Animationen wirken doch ein bisschen steif. Das bin ich ehrlich. Da merkt man halt, dass es keine AAA-Produktion ist. Aber ich mache gerne den Vorkoster für euch. Und wir sehen, guck mal, da kann man auch noch lang, aber wozu? Das ist doch seichtes Gewässer, oder? Stimmt. Das ist seichtes Gewässer. K.O.P.D.E. Eintrag. Oder K.O.P.D.E.A. An versteckten Stellen kannst du Schriftrollen mit Hintergrundwissen über die Gegend finden. Äh, okay. Wenn ihr das sagt. Markus, machst du eigentlich die 100%? Ich habe keine Ahnung vom Spiel. Das werden wir sehen im Laufe des Abenteuers. Ob das fernliegt oder realistisch ist. Ich versuche mal alles zu finden, was ich so... Ich bin jetzt schon... Ich habe den Weg quasi mehr oder weniger skippt. Das tut mir leid. Ich habe da ein Sekret gesehen. Die Handschuhe des Vaters. Der Geist der Schwester. Und ein Lehrmeister, der... What sagt? Drei-Treffer-Kombo, um durch alle Gegner zu flitzen. Einfach dreimal drücken, ne? Bin doch am Lernen, ne? Gönnt euch wenigstens zwei, drei Parts, um... Ach, da ist er ja. Der guckt mir die ganze Zeit zu. Selbst schuld. Aber wir können uns an diesen Vorsprüngen festhalten. Das ist auch mal eine gute Sache. Und die Steuerung geht bisher ganz gut in Hand, ne? Also da will ich mich gar nicht beschweren. Aber das ist schon mal sehr wichtig, dass die Steuerung funktioniert, wie sie soll. Kadap, kadap, kadap. Alles für Dukaten. Wir werden sehen, wofür die sind. 100 geben ein Extraleben vielleicht? Wer weiß. Für einen Bodenwuchtschlag. X und Kreis auf Knöpfen aus, um Mechanismen zu aktivieren. Ich habe eine Stamm-Attacke. Das sollte ich mir merken. Führe einen Bodenwuchtschlag nach mehreren Gegnern aus, um alle von ihnen zu treffen. Aber alle nur ein bisschen, oder? Sterbt, Krabben. Und die Weichteile. Hatte zwar keinen Effekt, aber es sah gut aus. Guck mal, wir haben schon wieder so ein Ding bekommen. Ah, wenn solche Schriftrollen natürlich nur spawnen, wenn du erstmal alle Gegner besiegtest im Umkreis. Das kann man natürlich leicht übersehen. Will ich also wirklich ausnahmslos jeden Gegner schlatschen? Berechtigte Frage. Manche Gegner lassen Schriftrollen fallen, auf denen du im Hintergrundwissen über sie lesen kannst. Also über den jeweiligen Gegner auch direkt. Der Rest halt zu länger und länger. Wie ist das? Eigentlich nicht. Früher war das witzig. Zu einer Zeit. Alter, debütiert auf dem Sega Dreamcast. Wir haben ja eigentlich einen Dreamcast Original Charakter, wenn ihr so wollt. Ist das nicht gut? So, Feuer entzünden, oder was? Nutze den Schweifeangriff, um Objekte zu treffen, die höher als Chaos liegen. Na dann. Das, was in Banjo-Kazooie-Schraube-Locker kritisiert wurde. Rumlaufen und jede Menge nutzlose Sachen einsammeln. Ja. Das ist, was ich will. Lock. Lord of Games. Das ist, was ich will. Da hinten geht auch noch was ab. Ich aktiviere das direkt mal. Öffnet das Tor. Es gab auch direkt einen Day-One-Patch. Wie immer? Ich habe mir also die PS5-Retail-Version bestellt. Die kam per Amazon. Ich nehme jetzt Freitagabend auf, damit ihr ab Samstag, ihr habt jetzt täglich um 14 Uhr, 14.15 Uhr, ein Chaos-Video bekommt. Ja, mal gucken, wie lang das Spiel ist. Ich hätte mal probieren können. Die naheliegendsten Sachen probiere ich nicht aus, aber hat man gar nicht so häufig, dass man in solche Häuser rein kann. Sollte ich mir merken. Und dann gucken wir mal, ne? Und dann gab es direkt natürlich, man kennt es. Ja. Guten Morgen, Gumo, Gumo. Sieht fast so aus, als hätte der Markus das A nicht gefunden. Wollen wir? Wir wollen. Freunde, such das A. Wie klingt das? Als ob ich im ersten Level so ein A ist ja nicht zu übersehen. Wo könnte das sein? Hier um die Ecke vielleicht? In der Nische? Oder da unten? Gibt es irgendeine Ecke, wo ich mich noch gar nicht umgeschaut habe? Habe ich irgendeinen Batzen von Gegnern nicht besiegt? Hätte ich hier vielleicht ins kühle Nass gemusst. Nicht nur da drüben. Da oben war ich ja. Da gab es eine Schriftrolle. Das ist über den Ort. Hier drin. Hier drin. Hier drin. Hier drin. Ich weiß nicht, ob der Buchstaben überhaupt in Kisten sein können. Oder ich versuche hier alles rauszuholen und wenn alle Kisten geleert sind, kommt das A zu dessen. Nein? Das hier habe ich ja auch betätigt. Man will es ja nur wissen. Irgendwo zwischen... Zwischen dem K und dem O. Keine Angst. Ich werde nicht... Was ist das? Ein besiegter Gegner. Gruselig. Hier auch. Oh mein Gott. Ich komme nur schwerlich wieder zurück, aber es sollte bis es geht. Auf jeden Fall. Theoretisch. Halt dich doch fest, Burschi. Er will sich nicht festhalten, also kann ich doch nicht wieder zurück. Das ist ein bisschen schade. Naja, vielleicht füge ich es am Ende des Videos noch ein, wo sich das A befindet. Foppt mich natürlich ultimativ. So schnell gebe ich jetzt auch wieder nicht auf. Aber es wäre auch sinnvoll, wenn ich erfahren dürfte... Water Effects. Was es denn im Level alles gibt, was man verpassen kann. Wenn wir jetzt den Buchstaben geklärt und Schriftrollen gibt es auch. Ja, und sonst? Gehen wir erstmal weiter. Da bin ich. Man findet die Rolle, um gegnerischen Attacken oder Fallen auszuweichen. Mal hier unten gucken. Das ist hier nicht zwingend nötig, aber... Danke. Checkpoints in Massen. Werfelt sammelbare Gegenstände mit R2, um Gegner oder entfernt liegende Objekte zu treffen. Ah, ich hätte vermutlich die Gegner, die da eben rumlagen, vielleicht... auch nehmen und werfen können. Wer weiß. Tja, das... Wenigstens ein paar Dukaten, damit es sich nicht so vergebens anfühlt. Das wäre cool gewesen. Wild wäre natürlich auch, wenn die Reihenfolge der Buchstaben willkürlich wäre. Das glaube ich zwar nicht. Aber wenn wir jetzt gleich das A treffen würden... Würde mich wundern. Ja. Das würde es. Ich sehe hier überall Secrets. Okay, da komme ich von der anderen Seite ran. Ne, das öffnet sich, wenn ich hier den Gegner erledige, vermutlich. Ja. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ja, die macht kalt. Na, Frösche, die sind schon kalt. Hahaha. Hoffentlich gibt es keine TNT-Kisten. Ja. Runtergerollt. Das sieht ja ein bisschen verdächtig aus. So, Meister. Da bin ich. Das hast du gut gemacht. Gehen wir zurück ins Dorf. Deine Mutter macht sich vielleicht Sorgen. Ne, ne. Die kommt klar. Sei dir eines sicher, die kommt klar. Hier kann man ein bisschen trainieren. Hier, schöne Matten, Gewichte und so weiter. Da hält sich der Meister fit. Also noch mal ein paar kleine Details. Ach, hier werden die Samurai-Schwerter dann auch getürmt. Eben konnte ich draufstehen. Nein, nein. Ne, man rutscht runter. Ich hätte vielleicht gedacht, eventuell hätte man hochklettern können. Aber dann zurück. Oberwelt oder Karte oder wie ist das? Achievement Unlocked aufwärmen. Ah, eine von einen Karten. Das ist witzig, weil ich habe zwei Karten bekommen und drei Diamanten. Na denn. Also tatsächlich eher eine Oberwelt, ja. Really? You play the sad card? Um, yeah. Little monster. Wipe those fake deers. Try the gloves on a real opponent. Cool. You ready, Coach? Ah, I talk about the Terror. Okay? The Terror? Sure thing. No problem. You wear dark forest? Cause here I come. That's the spirit. Auf der Insel sind einige seltsame Kristalle aufgetaucht. Nennen wir sie Runen. Ja, guter Name. Ich glaube, die Runen sind mit den Kristalltoren verbunden, die vor einiger Zeit aufgetaucht sind. Ich kann sie nicht sammeln. Versuch du es. Die Handschuhe könnten helfen. Vielleicht kannst du sie mit den... Vielleicht kannst du mit ihnen die Kristalle... Kristalltore öffnen. Ja. Die Tore zu den Leveln. Verstehe. Keopedia. Das ist sie. Die Oberwelt. Und wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich den ersten Level wieder betreten. Guck mal. Umschauen ist immer wichtig. Okay. Okay. Wisst ihr, was für Sacken? Einfach alles Einwache finden können. Das wird sinnvoll zu sein. Und so komme ich wieder an das Level. Gut. Ich werde jetzt... Ich habe tatsächlich Bock, das A zu finden. Weil das fühlt sich nicht gut an. Ich suche jetzt das A mit euch. Oder ohne euch. Sekunde. Ich beschleiche da so einen Verdacht. Ja, da sind auch Dukaten. Okay. Hier ist es. Hinter dem Wasserfall. Mhm. Gefunden. Na denn. Immerhin. Wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn ich es direkt geschafft hätte. Aber immerhin. Würde mich jetzt interessieren, muss ich dann den Level auch wieder beenden? Ich denke schon. Bist du sicher? Es wurde nicht gesagt, du verlierst dann die Gegenstände. Und man behält sie tatsächlich. Das ist sinnvoll. Ja, und das wäre dann schon der erste Part gewesen. Die Welt steht uns also offen. Wir werden sie erkunden und gucken, was hier abgeht. Bleibt noch ein paar Parts dran. Ich habe auch noch nicht so eine richtige Vorstellung, was ich von dem Spiel halten soll. Es hat Potenzial, aber man muss mal sehen. Alles Klärchen. Für den Moment. Nette kleine Animationen hier. Sage ich danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. und bis dann und ciao.